Was geht Leute? Willkommen zur zweiten Folge von CrazyDinopark. Die erste Folge ging ja mega krass ab. Hat sogar mehr als mein Nicht-Lachen-Video oder mein Minecraft-Video. Nochmal fetten Respekt, danke dafür. Und ja, unser Dinopark ist ja eigentlich noch nicht so groß, aber wegen den krassen Aufrufen, so nicht zumindest, dachte ich mir, ich mache ein zweites, schon wieder einen neuen Knochen, den wir zusammensetzen können und fahren direkt los. Wir haben ja letztens nämlich ein neues Gebiet freigeschaltet. Schaut euch unbedingt die letzte Folge an, hier mal verlinkt, also das Wortabild. Und jetzt werden wir erstmal graben und diesen Kopf kenne ich sogar. Das ist, glaube ich, von diesem Flugdrache, oder? Ich glaube, das ist von diesem Flugdrache. Ich weiß es jetzt nicht so genau, ich glaube schon. Ich habe übrigens auch elf Diamanten, also du hoffst nicht zu... Ah, jetzt sehe ich den Knochen auch hier. Hätte ich jetzt eigentlich sparen können, den Diamanten, ich meine, man hat es gesehen, aber... Ähm, wir graben mal weiter aus und haben so ein... Ich kenne dieses Ding, das kommt mir auch bekannt vor. Ich glaube, das ist auch von dem Dinopark. Ich weiß jetzt nicht genau was. Ja, einen Splitzhack habe ich verbraucht, ja. Gut, ähm, wir gucken jetzt mal im Dinopark. Oh, wir haben direkt schon zwei... Ja, der kommt mir irgendwie bekannt vor, ich weiß nicht, wie der heißt. Ähm... Ah doch, Stegosaurus. Jetzt schwimmt Stegosaurus. Ähm, und dann noch hier diesen Flugdrache. Wir cachen nochmal ab und was will der? Ja, dass ich vier Teile ausgrabe. Ähm, kann ich machen? Kann man sich eigentlich das Schild verbessern? Hallo? Ne, da kann man nichts verbessern. Okay. Was ist das eigentlich für eine Mission? Ich glaube, wir sollen den Velocirapt, also Ammoniter, oder was ist unsere Aufgabe? Ammoniter auf Stufe zwei, äh, drei. Machen wir. Ja, wow, ein Teil, perfekt. Ja, wetten, das letzte Teil ist da in der Ecke, also wenn... Eine Ammonite. Jetzt fehlt mir nur noch eine, jetzt fehlt mir nur noch eine Ammonite. Und Ei? Hä? Ein Dinosaurier-Ei? Ja, warte, ich grab noch kurz aus. Hä, es gibt ein Dinosaurier-Ei jetzt? Ähm... Ist es da? Ja. Ne. Oh, Mann. Es muss bitte da sein. Ja. Ja. Yes. Yeah, 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 yeah. Okay, 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 okay. Wir haben ein Dinosaurier-Ei. Ähm... Wir müssen das ein, äh, platzieren irgendwie. Wir haben noch keinen Platz. Ähm... Hä? Ein Ei-Generator? Hä? Einpacken? Oh mein Gott, wir haben ein echtes Dinosaurier-Ei. Komm, ich kauf mir das jetzt. Ich will gucken, ich will wissen, was das ist. Und, was ist es? Hä? Was ist das? Ein neuer Dino? Nein. Ähm... Okay. Äh, okay, das wusste ich jetzt nicht, aber... Boah, ist cool. Hä? Was ist das denn? Kostenlos? Oh, 20 Diamanten kostenlos? Wow, okay, okay. Das ist cool. Yeah. Jetzt haben wir 20 kostenlose Diamanten. Damit, ähm... Ich zeige mir, dass wir die Ammonie... Vielleicht soll ich jetzt wissen, was das für ein Dinosaurier ist. Zeig mir das jetzt. Komm, komm, komm. Ist das... Ist das eine Mission sogar? Nee. Ah, doch, eine Spezies ist das. Oh mein Gott, wir haben den echten T-Rex. Aber halt, wie sieht denn der am Ende aus? Äh, okay. Ähm... Gut. Ähm... Aber den haben wir noch gar nicht zum Ausbuddeln, oder? Das nächste Gebiet ist ein Sumpfgebiet. Okay. Ähm... Aber wir graben mal wieder ein bisschen aus. Mir fehlt ja eigentlich noch eine Ammonite. Da können wir ja eigentlich auch unsere Quest abschließen. Ich brauche wieder. Ähm... Wie viele fehlt mir jetzt noch? Mir fehlen noch zwei Dinos. Dann komme ich irgendwie in ein Gebiet oder so. Keine Ahnung. Mann, ey. Hier ist eine Spitzhacke. So. Und das hätte ich eigentlich auch gucken können. Oh Mann! So, bitte, äh... Dieses Schneckenteil. Ähm... Nein, das Schneckenteil. Bitte... Bitte das Schneckenteil. Mann! Ja. Wir sehen uns wieder, wenn ich das Schneckenteil habe. Also von dieser Ammonite. Endlich! So. Äh... Wo sind die Teile? Hier. 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 Und hier. Wieso habe ich denn einen Cut gemacht? Das kam doch direkt nach der nächsten Runde. Wir haben auch die nächste. Äh... Blum. Tüttüttüttüttütt. Okay, jetzt können wir die kombinieren. Oh Gott. Äh... So. Jetzt können wir die kombinieren. So. Und jetzt können wir die kombinieren. Und was kommt da raus? Oh. Hier hat jetzt endlich mal einen Mund. Ja. Hip, hip. Hooray. Hooray. Hurra. Boah. Okay. Mir fehlen noch, ähm... Acht Likes. Zwei Dinos und fünf Expeditionen wahrscheinlich. Und wir kriegen nochmal zwei Diamanten. Ey. Bei uns läuft es ja richtig gut. Wir haben ja auch schon wieder einen neuen Dino. Okay. Hm. Was will der? Äh... Hier der. Was will der? Notfall müssen Kasse ausbauen. Ja, aber... Kollege, mir fehlen 300 Münzen. Man! Was ist eigentlich das hier für oben? Manche Knochen sind für nutzlos. Aber dafür gibt es die beiden. Sie sollten sehen. Was? Warte mal. Also ich darf Knochen reinpacken und dann... Kriege ich dafür Geld? Warte mal. Wie viel kriege ich denn am Ende? Das wird ja auch berechnet. Habe ich dann genug? Nee. Tja. Aber... Äh... Übst. Nom, 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 nom. Ähm... Lecker! Nein! Ach, 60 Münzen. No, nein! Also eigentlich 40, aber... Naja. Hm. Ja, die Kasse ist mir jetzt egal. Wir sollen jetzt einen neuen Dino finden. Let's go! Wieder dieser... Flugkopf. Und da unten ist eine Spitzhacke. Das sehe ich doch. Ja, 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 ja. Ich sehe doch. Hehe. Nein! Oh, das war doof. Ah, nee. Ich habe Gott sei Dank den Kopf. Also, ja. Macht sowieso keinen Sinn. Nee, das waren ja nicht mal meine drei. Das sind meine drei. Ich dachte, das wären meine letzten Spitzhacken. Aber die ist nicht so. Die ist nicht so. Verdammt. Ganz schön teuer, ne? 300? Naja. Hat nicht jeder. Okay, nicht jeder hat auch einen Dinopark, ne? Also... Wenn ihr übrigens mehr von solchen Dinoparks wieder sehen wollt, dann lass gerne ein Like da. Weil... Das ist wieder dieses... Dieses, äh... Ah, ja. Das ist wieder dieses Glück-Ding. Wir haben plus 2% Glück und können auch unseren Flugsaurier... Flugsaurier oder Flug... Da entscheide ich jetzt mal hier. Flugsaurier ist es. Ja. Gut. 36 Coins. Und wir gehen wieder mal... Der andere hatten wir gar keinen Teil mehr von denen, ne? Ähm... Ja, wir sehen uns wieder, wenn ich diesen Petri oder was auch immer das für Drache ist... Diesen Flugdrache, wenn ich den vervollständigt habe. Unseren neuen Dino. Ähm... Den... Perfekt den neuen Dino. Okay, let's go! Wow! Okay. Wir haben jetzt 2 neue Dinos in dieser Folge. Auch gut. Ähm... Eine Stunde. Ähm... Ein Diamant und noch ein bisschen Kohle. Aber soll ich mir das ernsthaft kaufen? Ich weiß ja nicht. Ich kauf's mir. Ich meine, ich hab genug. Dann hab ich noch... 7... Quatsch. Was? Ne, ne, ne. Da hab ich noch 9 oder 8. Ja, 9. Okay. Ich will das jetzt wissen. Ist das... Ja, war doch dieser Flugsaurier. Meinte ich doch, ja. Gut. Jetzt haben wir 2 weitere Dinos. Sehr gut. Kennen wir jetzt... Ne. Wir können immer noch nichts. Ähm... Man sagt her, schreicht immer noch nicht aus. Äh... Aber... Okay. Äh... Gut. Ähm... War eine... War bis jetzt ganz gut. Ähm... Freigezogen. Wir haben einen... Äh... Flugdrache. Wo ich jetzt immer noch nicht weiß, was das für ein Vieh ist. Gezogen hab. Ähm... Haben wir gar noch die Kass-Upgrade. Aber das machen wir... Irgendwann vielleicht. Was ist das? Was ist das? Ne, das schalten wir erst in verschiedenen Stufen. 3. Ich würde die Folge erstmal beenden. Wir haben einen Eigenerator. War doch immer freigeschaltet. Und war eine coole Folge. Danke für's Zusehen. Like und Abo. Und... Ciao.